Nachdem wir die letzten zwei Male nur ganz knapp Elite 2 nicht erreicht haben, kämpften wir diese Woche noch viel härter dafür. Die ersten Runden waren wir sehr optimistisch, diese lieben besser denn je. Jetzt werden drei Rage-Kits in Folge, Alter, ne? Nach dem 11 zu 1 waren wir uns ziemlich sicher, dass es diesmal beinahe unmöglich werden würde, Elite 2 nicht zu erreichen. Boom! Chakalaka Boom! Geh direkt raus! Doch wie heißt es so schön, Hochmut kommt vor den Fall. Was machst du, Pili? Viel Spaß mit dem Best-of der letzten Weekend League. Hi Leute, willkommen bei Tisi Schuwech. Ja, Freunde, wir kommen heute zu unseren Best-of-Weekend-League-Spielen mal wieder, ne? Das wünschen sich ja echt immer viele. Genau. So die kleine Zusammenfassung für alle, die da nicht immer komplett live dabei waren. Eins muss man sagen, Freunde, bei dieser Weekend League ist ein kleiner Traum für uns in Erfüllung gegangen, ja? Ein Ziel, was wir uns gesteckt haben, ist in Erfüllung gegangen und zwar 10-0 zu stehen. Ich will nicht zu viel spoilern. Wie es am Ende ausgegangen ist, ja, das seht ihr dann auf jeden Fall jetzt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Freunde. Lasst ein Abo da. Schreibt gerne rein, wie ihr die Weekend League abgeschlossen habt. Na, würde ich sagen, gönnt euch das Video. Viel Spaß. Boah. 1-0, aber was ist mit den Servern los? Musik ist zu laut. Boah, was ist das? Oh, okay, er ist raus. Ronaldo kommt dann lang, ne? Packt er nicht. Jawohl. Lucky. Aber auch mal gut. Immer Glück, ja. Boah, stark, Pille. Stark. Ah, jetzt ist er komplett lucky, ne? Ja, aber der erste muss schon rein. Aber das war jetzt halt wirklich beide lucky. Jawohl, Junge, stark. Alter, böse lucky, Alter, grad, ne? Kann er aber auch gleich annehmen, Alter, ne? Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, Abschluss. Boah. Boah, was ist denn grad los? Das ist ein zweiter, den du per Ding weghauschst. Tatsächlich. Sau stark, Junge. Richtig stark. Schufposition, Abfahrt. Das sind sie, Junge. Oh, das ist einfach ein Gräuf. Das ist einfach ein Gräuf, Jungs. Ah, Ronaldo lang. Sau stark, Junge. Boah. Das wäre, drei Rage gibt es in Folge, Alter, ne? Dürfte ich heute auch noch mal spielen? Aber es war heute echt absolut hässlich. Ihr habt es ja vorher schon reingeschrieben, ne? Jungs, drei in Folge. Three in a row heißt es doch, glaube ich, oder? Ruhigbleibe. Perfekt, Junge. Fuck. Ne draußen, Ramos. Fuck. Nein, Mane. Nein, Mane. Ich hab mich vorne so stark durchgespielt und er macht ihn so. Ja, Junge. Zwölfte Mann, Putsch ist da und schon passiert das Tor, Jungs. Ehrensupport. Amnest Lief, Freunde, brauchen wir hier. Sehr gut. Ach Gott, geil. Lach. Ja, Mann. Yes, Gräuf. Yes, Junge. Schade, dass er nicht Rülle spielt. Egal, weiter, weiter. Du hast aber da ganz seinen Move ansätze. Genau, schön Platz gemacht jetzt. Ja, Mann. Ja, yes. Das ist mal auf jeden Fall ein Teilerfolg, muss man sagen. Das war mal ein Traum von uns, ne? Mal 10-0 zu stehen, Freunde. Egal, wie die WL ausgeht, aber das ist mal... Da bin ich stolz drauf, ne? Ja, durch, durch, durch. Ruhig, ruhig, ruhig. Boom. Chakalaka, boom. Geht direkt raus. Ich weiß dann einfach, warum du den Scheißbein nicht flach spielst. Aber so kann man es natürlich auch machen, Digga. Pecklack war auch da beim Podasco. Boah, fuck. Boah, fuck. Nein. Boah. Boah. Ein Fehler, aber vorhin hat's... Ne, vorhin hat's was gebracht. Egal, weiter. Jawohl, Deiner. Ah. Ne, war rein. Egal, komm, hast du auch ein Eckball jetzt? Geht das Ball nicht weg. Och nein. Och nein. Geht das Ball nicht weg, ey. Das ist jetzt wirklich unverdient. Och komm schon, ey. Och komm, das ist verloren, ey. Kommt kein Ball an, ne? Das gibt's nicht, Mann. Das ist echt unverdient. War so richtig spiel. Es kam kein Pass mehr dann, ne? Egal. Sau stark, Junge. Sau stark. Richtig gut. Alter, jetzt kommt vor im Showgeschäft. Doppelt, pass auf, da geht auf die Doppelt, Doppelt. Nein, nicht raus hinten. Darf schon nicht rausgehen. Fuck. Fuck. Sau stark. Abfahrt. In der Mitte. Nein. Scheiße, das Ding ist gerade eingelaufen. Fuck. Was war das? Fuck, fuck, fuck. Vorne haben wir die Dinger nicht gemacht, ne? Wir hatten dann zu hektisch. Wo wir die Chance hatten. Komm, Jungs, haut hier mal direkt das Push-Emoji raus. Kommt schon. Kommt schon. Abschluss. Abschluss. Start. Time finished. Päuschen, ne? Ja, Mann. Ich dachte, du hast es verkackt. Ja, Mann. Ich hab gedacht, du hast es verkackt. Ja. Richtig, wichtig. Das war in dem Fall verkackt. Denkst du, ich soll nicht defensiv stellen? Ja, dann kriegt er noch mehr im Push. Drei Minuten Nachspielzeit. Was machst du denn da gerade? Zweimal schön ins Leere laufen lassen. Also, die Goalie. Hopp hoch, Ronaldo. Boah, Digga, warum steuerst du deinem Torwart? Ach, das schießt nicht so. Ach, spielen doch rüber. Das ist wohl Fehler im Spiel. Ach, was sind das denn für Tore? Was sind das für Tore? Ja, Franz Beckers, danke für den Zehner. Was machst du, Pili? Pili! Ja. Ey, die kommen aber auch alle mit Lukaku und Hasser. Was ist denn da gerade los? Irgendwann wieder Poppa. Einfach nur raus. Das ist aber aller Scheiße. Ich will ihn aber rausspielen, da können wir gucken, wo ich hindrücke. Merkt ihr das Tor? Können wir gucken, wo ich hindrücke. Guckt euch das an, Jungs. Wo drücke ich diesen Ball hin? Wo drücke ich diesen Ball hin? So, ich will von dir zusammen die Schüsse, warum ich nicht dorthin spiele und das Tor fällt. Spruch mal zurück, ist aber zu krass. Guck mal, der geht so schräg, Marcelo. Und der spielt nochmal so. Ja. Der spielt direkt so zu Mbp. Und der spielt direkt so zu Mbp. Oh. Oh. Krass gespielt. Stark, Junge. Ich abbreche. Da geht der Traum von Elite hin. Jetzt hat es mal saustark gespielt. Rein, rein. Zwar überhastet, aber traumhaft. Traumhaft im Ausriss. Auf geht es jetzt auf einmal. Jetzt fühlen die sich wieder flüssig an. So, damit ist die Weekend League für uns beendet. Ja, wir spielen gar nicht mehr weiter, dass wir dann wieder die obligatorische 22-8 kriegen. Gold 1, mehr geht nicht. Gold 1, mehr geht Bank. Und die Phone ist immer wieder die mesma. So, damit ist die Zeit für uns beendet. Die Zeit für uns mehr braucht es noch. Und das ist also eine große Sache. Das ist das, was wir sagen. Welt 2, mehr geht. So, damit kommt es nicht in die Zeit, also etwas anderes. Und das ist auch, wenn wir heute noch im Ausriss." Im Ausriss. Das war Spaß, wenn wir heute wiederholfen!